Egal wie viele Member dein Discord-Server gerade hat, ich bin mir sicher, du kannst die Memberzahl verdoppeln, verdreifachen oder sogar noch mehr erhöhen, wenn du dieses Video anschaust und meine Tipps umsetzt. Die Tipps sind übrigens aufsteigend sortiert, das heißt am Anfang kommen die Tipps, die ihr vielleicht schon kennt, aber noch nicht richtig umsetzt und am Ende gibt es dann wirklich unbekannte Tipps, mit denen ihr tausende Member bekommen könnt. Fangen wir jetzt auch schon an mit Tipp Nummer 1 und das sind Discord-Serverlisten. Das Prinzip dahinter ist wirklich einfach und zwar sind es einfach Webseiten, bei denen ihr euch mit eurem Discord-Account anmelden müsst. Nach der Anmeldung könnt ihr dann euren Discord-Server mit einer guten Beschreibung und Tags hinzufügen und wenn ihr das gemacht habt, können Leute auf der Website eben euren Discord-Server suchen. Ich habe euch verschiedene Serverlisten in die Videobeschreibung gepackt, fügt da auf jeden Fall euren Server überall hinzu, denn wenn ihr den überall hinzufügt, dann habt ihr wirklich die größten Chancen, dass euer Server auch über externe Quellen, also zum Beispiel auch Google gefunden werden kann. Geht also einfach auf die Webseiten, klickt hier auf Anmelden oder wie es hier steht auf Login with Discord. Das Prinzip ist überall gleich, autorisiert hier euren Account und dann könnt ihr auch schon euren Server hinzufügen. Kommen wir auch schon zum zweiten Tipp und das sind Partnerschaften mit anderen Discord-Servern. Den Tipp kennt ihr zwar bestimmt schon, aber man kann nie genug Partner haben und viele scheitern eben daran, dass sie keine Partner finden. Und um Partner zu finden, gibt es zwei Strategien und zwar erstmal ein How-To-Partner-Kanal, am besten noch in einer Partner-Kategorie. Da schreibt ihr dann einfach die Anforderungen, die Vorteile und noch weitere Infos für eine Partnerschaft mit eurem Server rein. Dann wissen andere Leute, die auch nach einer Partnerschaft suchen, dass sie eben auch für Partnerschaften bereit seid und auch bei wem sie sich dafür melden sollen. Und die andere Strategie, an Partnerschaften zu kommen, ist Partnerschaften bei anderen Servern zu suchen. Geht dazu einfach in den Self-Promo-Kanal in meinem Discord-Server und hier seht ihr eben, dass verschiedene Leute aktiv für ihre Discord-Server hier Werbung machen. Und ihr könnt dann einfach auf den Discord-Server joinen, schauen, ob Partnerschaften möglich sind. Hier in diesem Beispiel sehen wir auch schon direkt einen Partner-Werden-Kanal mit ein paar Infos und einem Ticket, wo ich mich melden kann, um eine Partnerschaft zu bekommen. Man kann dadurch also wirklich ganz schnell und einfach an viele Partner kommen. Ein Link zu meinem Discord-Server ist übrigens in der Videobeschreibung. Tipp Nummer 3, den ich in diesem Video für euch habe, sind Invite-Events. Dadurch kann man, wenn man schon ein paar Member hat, sehr schnell sehr viele Member dazubekommen. Ein Invite-Event ist einfach nur ein Event, bei dem derjenige mit den meisten Einladungen in einem bestimmten Zeitraum irgendeine Belohnung bekommt. Bei diesem Invite-Event von mir hier war das einen Monat Spotify Premium oder Amazon Prime. Wenn ihr vier Monate Spotify Premium komplett kostenlos bekommen wollt, schaut euch das Video hier rechts oben an. So was könnt ihr dann zum Beispiel als Preis nehmen und es ist dann auch komplett kostenlos für euch. Wichtig ist auch natürlich, dass ihr die Invites von jedem Einzelnen überprüfen könnt. Dafür gibt es einen Bot und zwar den Invite-Tracker-Bot. Der trackt eben, wie der Name schon sagt, die Invites. Also man kann dann zum Beispiel Slash-Invites schreiben und dann sieht man eben die Invites. Ein genaues Tutorial zu dem Bot habe ich in dem Video hier rechts oben gemacht. Für Tipp Nummer 4 müsst ihr eine bestimmte Sache können und zwar müsst ihr coden können. Denn Tipp Nummer 4 ist, einen eigenen öffentlichen Discord-Bot, den andere eben auch einladen können, zu erstellen. Ich habe das mit meinem Tutorial-Ecke-Discord-Bot gemacht und wie ihr hier sehen könnt, ist der Bot auf über 90 Servern. Wenn man jetzt zum Beispiel t-Ausrufezeichen help schreibt, dann sieht man eben den Hilfe-Command mit allen verfügbaren Commands und hier unten gibt es auch noch eine Werbung für den Tutorial-Ecke-Discord. Ich kopiere mir mal den Einladungslink und dann schauen wir einfach mal, wie viele Leute darüber auf meinen Discord-Server gejoined sind. So, jetzt habe ich ihn gefunden, das ist eben dieser Invite, den ich mir gerade kopiert habe und darüber sind 150 Leute gejoined. Vor allem Global-Chat-Bots, wie auf diesem Server hier, bringen meiner Meinung nach am meisten. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr einen eigenen Discord-Bot programmieren könnt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da, denn es gibt bald eine Videoreihe dazu. Der fünfte, aber wirklich mit Abstand der beste Tipp ist es, Social Media zu betreiben. Denn ich konnte über meinen YouTube-Kanal wirklich mit Abstand die meisten Leute auf meinen Discord-Server holen. Ihr müsst euch allerdings nicht, so wie ich, die Mühe machen und ein 5-Minuten-YouTube-Video erstellen, sondern ihr könnt auch einfach ein TikTok-Video erstellen, das kürzer als 60 Sekunden ist und dadurch wirklich ziemlich wenig Aufwand macht. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, für noch mehr Reichweite, die Videos nicht nur auf TikTok, sondern auch auf YouTube als YouTube-Short-Video und auf Instagram als Instagram-Real-Video hochzuladen, denn dadurch könnt ihr noch viel mehr Leute erreichen. Wenn ihr solche Videos macht, dann vergesst auf jeden Fall nicht, euren Discord-Server in den Kommentaren oder in eurer Bio zu verlinken oder natürlich euren Discord-Server im Video zu erwähnen. Und wenn ihr das wirklich gut macht, dann könnt ihr euch nicht nur Discord-Reichweite aufbauen, sondern auch Social-Media-Reichweite, was wirklich auch sehr nice ist. Und falls ihr mir helfen wollt, mehr Reichweite zu bekommen und keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, schaut euch jetzt noch dieses Video für gratis Discord-Nitro an und dann würde ich auch schon sagen, haut rein und bis zum nächsten Video.